Hallo, ich bin Christa aus Deutschland, bin 62 Jahre alt und ich freue mich hier zu sein. Ich wurde sehr herzlich empfangen. Ich bin Angstpatientin in Deutschland und ich wurde superlieb aufgenommen. Man hat mir meine Ängste genommen. Ich habe eine sozusagen Betreuerin an meiner Seite gehabt, die auch übersetzt hat 1 zu 1. Sie war sehr geduldig, weil ich viel geredet habe und sehr nervös war. Also ich habe mich für Implantate entschieden, weil ich eine Prothese in Deutschland hatte, die mir aber nicht so gut gefallen hat. Dann habe ich eine Kieferbehandlung bekommen, da ich keinen Zahnknochen mehr habe oder Kieferknochen. Wurde denen dann was eingesetzt und jetzt muss ich drei Wochen so ohne Zähne rumlaufen. Ich nehme es noch sehr humorvoll auf und dann bekomme ich dann irgendwann nach einem halben Jahr meine Schrauben rein, meine Implantate und dann irgendwann später dann auch die Zähne. Und mit dem Unterkiefer wird das dann zusammen gemacht von oben und unten unter Vollnarkose. Und ich habe, muss ehrlich gestehen, auch nicht gemerkt, als ich die Narkose bekommen habe, wie ich eingeschlafen bin. Das ging so schnell. Ich hatte keine Angst. Ich fühlte mich wohl. Und ja, und dann wachte ich auf und alle waren um mich rum und haben umsorgt. Ich kann nur jedem empfehlen, hier hinzukommen zur Medical Fly in dieser Klinik, in der Uniklinik. Und ich bin so begeistert. Ich würde überall Werbung machen und ich würde für jede Zeit, ich würde immer wieder hier hinkommen. Ja, bye!